ja heute gibt es mal ein party spiel zu sehen und zwar red tv in diesen spiel sind 25 mini spiele enthalten humoristisch auf höchster ebene für mich jedenfalls ich liebe ja solchen humor wenn ihr verrückte sachen machen müsst zum beispiel wasabi erbs mit dem kopf aufheben oder im saloon bierflaschen fangen und trinken und so weiter und so fort ich zeige euch alle spiele mal kurz und knackig in diesem video könnt ihr euch bei steam schon holen gibt es für 7,99 es ist ein echt super preis wenn alles gut geht wenn der tupac wieder aus dem urlaub zurück ist werde ich auf jeden fall mit ihm ein video darüber machen und es geht für die pimax also für die pimax user unter euch will ich noch mal sagen ihr müsst parallel projections oder pp sage ich immer anhaben damit es funktioniert so seht ihr das bild nur doppelt sonst geht es für die hdc wife und für die oculus rift also schaut das video an und ich wünsche euch viel spaß damit sind wir auch schon im hauptmenü vom spiel drin und wir sitzen hier in einem wunderschönen schmutzigen abgefuckten loch mit drei weiteren typen hier der pent noch mal auf was geht denn den können natürlich auch hier streichen ja 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 du so damit wir die mini spiele starten ist alles auf deutsch herausforderung im turnier ist wirklich hotseat multiplayer das heißt wenn ihr mit acht leuten zusammen zockt es geht im moment nur lokal fliegt doch schlechtest du mal raus und der beste bleibt zum schluss wir schauen uns mal die herausforderung an so hier geht es los mit schneller ziehen herausforderung anzeigen und die habe ich schon geschafft hier schlechte verlierer alle wütende glücksspieler schießen und so weiter es gibt immer verschiedene aufgaben zeige ich euch jetzt mal und da fliegen wir jetzt rein das ist wirklich so wie für den ds die wario games so schöne verrückte mini spiele steht auch noch mal schnappt ihr deine waffe und erschießt die bösewichte wenn sie ziehen also ihr müsst auch mega schnell sein so ich weiß gar nicht ob wir es jetzt geschafft haben ich glaube der hat uns noch einmal erwischt und die vier unschuldigen die habe ich noch nicht gepackt jetzt haben wir es geschafft das wäre nämlich keine munition mehr ich wollte nämlich versuchen auch motivieren noch schaffen versuche ich noch einmal weil es sind ein paar spiele wie ich euch gerne mal zeigen schaffen wir gehen wieder raus ihr müsst einfach nur beide touchpads nach oben halten zack und da geht es wieder raus aus dem fernseher also humor ist schon echt geil gemacht als nächstes haben wir zombie killer das heißt ihr müsst die zombies in euren garten mit schallplatten töten aber das wieder wie frisbee schmeißen da bin ich mega schlecht da drinne so hier haben wir die platten und da kommt jetzt die sehen so geil aus und ich treffe immer nicht also da bin ich mega schlecht da drin habe ich auch noch nichts geschafft hier der ist noch nicht tot so werfen einmal noch da gibt es halt immer so mini aufgaben die ihr noch erfüllen könnt ich hab nicht kein zielwasser getrunken also wenn wir das mal multiplar spielen das würde ich nicht mein spiel das muss ich jetzt schon mal sagen so es ist hammer bürger ihr müsst so viele fressen wie ihr könnt oder alle auf den boden schmeißen also ich glaube alle habe ich da schon gehabt ich weiß es jetzt gar nicht also müsst ihr da war noch scheiße ist mir heruntergefallen nahrungsrampf alle kunden mit einem bürger treffen und alle bürger habe ich auch nicht geschafft los es fehlt jedes mal ein fucking bürger los drei versuche machen wir immer dann springen wir zum nächsten geschafft geil warum haben wir noch alle kunden treffen mit dem bürger ja nicht selber ist ein sack ich bin echt zu blöd zum werfen also weiter geht es also es sind alles solche verrückten spiele das ist schön echt genial dann haben wir baseball im knast wir müssen homerun schaffen und ihr müsst noch zwei euro mitgefangenen umlocken könnt ihr wieder mit dem ball wenn er den trifft er müsste richtig draufzimmern hier der war gut den kann man natürlich auch umlocken hier und wir haben einen homerun geschafft hast du noch einen ball für mich jetzt sehen wir natürlich wie nicht wie weit der ist naja war scheiße er macht training ja da war nur übern zauern durch passt kilo club ein ball über 1000 meter dreschen also das habe ich noch nicht gepackt der war scheiße man aha der sieht gut aus der sieht gut aus kommen schaffen 500 ja ja ein noch kommen let's go es geht auch richtig schön in arm der war nicht gut man ah den kann man nicht umlocken ja dann gehen wir mal weiter so als nächstes haben wir dann Toastmampfer da kommen jetzt aus dem Toaster Toastdinger rausgesprungen und ihr müsst versuchen alle zu fangen und zu essen das hört sich leicht an aber kannst du total vergessen hier Mann Banzai ich hasse Toast alle Toast schnappen aber nicht alle aufessen na komm wir müssen wirklich einmal alles schaffen yes Banzai da gehen wir mal zur nächsten also Multiplayer macht das tausendmal mehr Spass aber so kann man sich auch mal ein bisschen ein bisschen üben so das ist jetzt Ballmeister ihr müsst jetzt kriegt Bälle und müsst ihr einfach in den Korb reinwerfen seht ihr hier ja wenn wir mal treffen warte eine Aufgabe besteht auch drinnen da oben den umzunocken wenn man trifft zack ich weiß gar nicht ob ich hier noch eine Aufgabe offen habe alle Körper mit einem Wurf pro Korb treffen dann gucken wir mal ob wir das schaffen ja natürlich hüpp 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 ja verdammt leck mich doch am Arsch ey der letzte Korb ja man ja gehen wir mal zum nächsten so hier kommt ein Bandit in den Saloon jetzt rein ihr habt zwölf Waffen und nur eine schießt davon ihr müsst natürlich die richtige finden zwei geladene Entschuldigung und da muss ich ein Bandit mehr schießen die war nichts ja da kommt doch scheiße raus da kommt da war sie das ist schon echt cool aber da habe ich alles geschafft das ist echt cool was hier für Dinger rauskommen ja da unten sind noch zwei da war sie gewesen und da müsste halt auch richtig schnell sein umso schneller er die Waffe findet ja dann schalten wir mal den nächsten Sender ein das ist natürlich geil heißer Draht wenn ihr euch das noch was sagt das Problem hierbei ist aber ihr müsst ja den Draht so nehmen aber das ging ja mit den Waffe Wands viel besser wie mit dem weil die sind ja an der Hand fest ihr seht gleich was ich damit meine weil du kannst dann nicht deine Hand umdrehen das ist das ganze Problem dran haben wir jetzt hier haben wir ein Draht so jetzt ist man natürlich hier und da kriegst du wirklich Krämpfe in der Hand ich bin jedes Mal ein Stück zu langsam jedes Mal so jetzt ist es natürlich wieder bam Junge sehr schön das erste Mal geschafft haben wir noch irgendwas den Wissenschaftler mit einem Ring treffen machen wir den den Wissenschaftler ach da hinten zack ja ich schaffe noch ordentlich dann gehen wir mal ins nächste also schon echt lustige Spieler dabei das ist schon ganz cool Trunkenbold so hier kriege ich mal Bier zugeschoben und wir müssen die alle fangen und natürlich auch trinken genau fange Bierflasche und trinke sie aus das macht uns allen Spaß und das ist gar nicht mal so einfach haben wir jetzt eigentlich alle geschafft ich glaube noch nicht betrunken werden bis Stufe 5 den Klavierlehrer mit einer Flasche treffen gucken wir mal das schaffen das ist schon mega schnell Geil so haben wir wenigstens die eine Aufgabe jetzt geschafft zack Fressmaschine so den guten Jungen müssen wir jetzt füttern stopfe ihm so viele Gabeln voll Nahrung wie möglich ins Maul mach dir ja Kekse am Hühnchen Hühnchen Burger Erbsen komm ja habt ihr das Problem die Erbsen ja keine Gabel 20 Nahrungsstücke verfütter ohne die Gabel anzufassen ohne die Gabel anzufassen na los fress mir aus der Hand aber beiß mir nicht in den Finger Pommes und Erbsen passen auch nicht zusammen ne also wirklich so die richtigen kurzen Minispiele ich glaube es war auch ein Spitzen ne das sage ich dir so Torschütze das ist ganz cool ihr müsst mit eurem Kopf Kopfbälle reinhauen köpfe die Bälle ins Ziel so da oben kommt der ja ich glaube eins fehlt uns da noch ja 10 Torrad 3x Torwart treffen los komm 3x in dann bin ich noch mal jetzt den Torwart getroffen aber wenn ich jetzt noch die Zähne reinkriege einen Ball über den Drahtgitter zu uns schicken wie soll ich denn das schaffen kann man einmal versuchen was noch alles das finde ich wirklich ein cooles Spiel los ich will den über den Zaun bekommen scheiße ja ja es sollte nicht sein aber das ist wirklich mal eine coole Aufgabe so gehen wir hier weiter jetzt hier ist noch mal Pokerchips zerballer so viele fliegende Pokerchips wie möglich na das werden wir mal hinbekommen ja ja wir haben noch nicht alle geschafft die Flaschen treffen Schießerei alle Personen ok alle Personen im Salon treffen wollen wir nicht alle alle Chips ohne einen Treffer auszulassen na läuft einfach versuchen wir noch da haben auch keine getroffen also seht die Orte die gleichen sich immer ein bisschen jetzt ging es nicht also die Orte sie sind wirklich immer einmal Saloon haben wir gehabt einmal Knast und einmal Bürger so jetzt haben wir hier ein Ballon zerballerer ihr seht schon das könnte lustig werden wirft das Schuriken nicht dem Helfer um den Ballon wirft das nicht dem Helfer hast du Angst gute Frau oh sorry oh da musst du aber schnell sein füttere Godzilla wo ist ein Godzilla hey kommen wir oh sorry gute Dame oh die hat mich jetzt wieder getroffen also manchmal schade dass die Spiele wirklich so langsam äh so schnell gehen wo ist hier Godzilla höp höp oh ich treffe aber auch nicht aber hier die Ballons sehen schon geil aus ne einmal will ich es noch versuchen keine Angst Frau ich treffe nur die Ballons oh sorry man 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 das ist nun wieder echt ein geiles Spiel das gefällt mir so Throne Racer ihr seht schon was kommt Ringmaster durch jeden Ring fliegen Zwinger Zwinger alle drei Kegel umwerfen fehlerfreier Ringmaster ohne Berührung durch drei ok weg mir den Spielzeug fliege deinen Throne in den Schuppen also Ladezeiten sind auch mega schnell hier oioioioioioioioioioioioioioioi aaa ok ok oh jetzt hab ich es los äh da unten stand es da Mann. Das ist wirklich wieder gar nicht so einfach. So. Komm, wir gehen mal durch. Ein Ring. Ja. Da musst du aber mega schnell sein, ne? Da musst du echt mega schnell sein. Ha, 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 ha. Aber da haben sich wirklich mal welche was ausgedacht. So richtig schöne Partyspiele hier. Popsi-Cola haben wir hier. Alle Flaschen zerballern. Okay. Deswegen, wir müssen die eh erst mal alle trinken. Schüttel alle Flaschen, bis sie platzen. Okay. Komm. Ja. Buh, das war knapp. Aus dem Handgelenk. Ja, wir haben alle Flaschen. Ne, das bringt nichts. Oh, den abwerfen? Ne. Den Koch? Ne. Oh, da kommst du ja ein Schützer. Das sag ich euch, ey. Den Drive-In-Magen mit einer Flasche treffen. Rennfahrer, das sieht niedlich aus, ne? Da kommst du ins Schwitzen, das sag ich, ey. Coole Mucke. Ja, lenken wir. Ja, lenken wir? Ah, komm. Nein! Ah, scheiße. Das hat man doch jetzt geschafft, ey. Ja, los, nochmal. Das will ich nochmal machen. Aber müssen wir jetzt lang? Ah. Natürlich, die Tore sind nicht immer gleich aufgebaut. Es wird immer wieder neu geladen. Ist natürlich eigentlich auch ganz cool. Taschendieger, Tor erzählen. Ja, Tor. Nice. Ihr seht schon, ihr könnt mit diesem Spiel sehr viel Spaß haben. Von der Grafiker, es läuft flüssig mit der Pimax. Ihr müsst auch daran denken, die mit der Pimax. PP muss angemacht werden. Sonst seht ihr alles doppelt. So, einmal Bowling. Danke, Kumpel. Ah, na prima. Ich dachte, den muss man in den Fresse holen, dass das was bringt. Ein Korb im Wachsgeball, der hat alle Kegel umwerfen. Ach, verdammt. Ja. Ich treffe mal wieder, du. Ja gut, wir haben ein paar umgeworfen. Einmal noch. Ein Kegel über die Mauerbeförderung. Wir würden das machen. Huch. Huch. Scheiße. Komm. Wir gehen wieder raus hier. ins Nächste rein. Zack. Samurai-Fertigkeiten. Müssen wir jetzt einfach mit dem Schwert schön die Kronkorken abhauen. Oder mehr gesagt, die Korken. Ohne die Flasche natürlich kaputt zu machen. Noch welche? Ne, wir haben alle. Alle Korken unter vier Sekunden. Okay. Gucken wir mal, es schaffen. Naja, guck mal. Leck mich doch im Arsch, ey. Oh, sorry Kumpel. Ja. Guck da oben schon richtig. Aber ich finde den Humor und die Spiele sind richtig cool hier. Drei Woffelprüfung. Kommt natürlich mal ein bisschen auch was zum Denken mit. Platziere die Woffel mit dem Bild nach oben entsprechend den auf dem Bildschirm. So. Gelb. Und Jamaika. Ach Mensch. Klugscher ist alle Woffel richtig zuordnet. Also echt geil. So nochmal. Plus, plus, plus. Plus. Ist oben. Dreieck. Ist hier. Und einmal ein Hammer. Nice. So. Also insgesamt habt ihr 25. Spiele, die ihr zocken könnt. Und ich sage mal, die machen ja auch immer wieder Spaß, ne. Gerade solche Minispiele finde ich immer echt genial. Entferne alle Teile ohne. Ah, okay. Wie Cenga. Alles klar. Ja. Das war schon mal echt top, ne. Nochmal. Das war... Oh, je, 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 je. Ja, fuck. Leck mich doch am Arsch, ey. Das ist wirklich auch nicht so einfach. Nur den Kopf abhauen, wenn alles andere stehen bleibt. Da komm ich noch nicht hin. Nochmal. Ja, leck mich doch, ey. Komm. Ach, das sind so richtig schöne Raid-Spiele. Da muss ich natürlich gleich an den Hoshi denken. Wollen wir das mal mit den Zocken. Oh, oh, oh. Das wäre ein perfektes Spiel für ihn. Wirf deine Leine aus, um Körperteile für die Zombieschmaus zu anwählen. Ne. Das wollte ich jetzt nicht. So eine Cola? Bitteschön. Das wird aber auch nicht länger, die Scheiße, ne? Oder? Ach, alles klar. Jetzt. Ja, 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 ja. Nochmal. Müssen wir Trigger drücken. So. Ihr seht, wie gut ich im Angeln bin. Leck mich doch. Also da muss doch auch richtig gut sein. Ich denke mal, ein bisschen Übung ist das alles kein Problem. So, jetzt sind wir beim Flaschenzatterbauer. Und da sind wir mal wieder im Saloon zurück. Zwei Waffen, zehn Kugeln, zerballer so viele Flaschen wie möglich. Okay. Komm mir jetzt also nicht da rum. Scheiße. Letzten Flaschen. Wir dürfen da nix da schießen. Okay. Alle Charakter umnieten. Okay. Wie immer noch. Zack. Ja, hier müssen wir dicke Flaschen kaputt machen oder halt die Leute. Das könnt ihr euch aussuchen. Da springen wir mal weiter. Schlagzeug. Das hört sich doch gut an. Macht's gut. Schlag ich die Trommel so laut, so oft du kannst. Yeah. Das war schon cool. Das war schon echt cool, muss ich sagen. Da gehen wir zum vorletzten. Niedergeschlagen. Oh, jetzt kommen die Knastbrüder hier. Zack, zack. Schalt die Insassen um dich herum aus. Na, kommt mal her. Spasten. Spasten. Oh, wir haben einen getötet. Vier Knockouts. So, dann gehen wir mal ins letzte Spiel rein. Macht's gut, Jungs. Ihr dürft weiterleben. So. Jetzt sind wir bei Wasabi-Erbsen. Oh, ich liebe ja Wasabi-Erbsen. Wenn du das noch nicht kennst, probiert's mal. Die sind richtig lecker. Die sind wirklich richtig lecker. Schnapp dir die Wasabi-Erbsen und platziere sie in der Schüssel. Ach du Scheiße. Mann, ey, jetzt komm ich mal vor wie ein Idiot hier. Yeah, Mann. Das klappt doch wie am Schnürchen. Alle sollen, um ohne Erbsen aufzunehmen. Fünf Sekunden, Rede. Ja, los. So, jetzt haben wir... Ach, Scheiße. Wir haben es noch nicht geschafft. Hm. Oder doch. Weg mit euch. Ja, das ist das letzte Spiel, Leute. Ich verlinke euch natürlich das Spiel unter dem Video. Mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Mir gefällt die Grafik. Mir gefällt der Humor von sowas. Bitte mehr davon und bitte, bitte als Online-Variante. Nicht als lokal. Es bringt uns leider nicht viel. Aber ich hab noch vor, ein Video mit dem Tupac zu machen. Wenn das alles gut geht, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schöne Woche wünsche ich euch. Macht's gut. Ciao.